Moin Moin, ich habe ein neues Lego-Mock gebaut und zwar ein Fahrzeug, das dafür gedacht ist, mit dem Handy Aufnahmen zu machen. Also hier habe ich eine Handy-Halterung gebaut und das hat hier diese Halbschalen, die sind aus dem Gravedigger auf diesem Call-Up-Fahrzeug und das ist wunderbar, da passt das Handy wunderbar rein. Das ist ja auch so ein Dings-Racer mit Infrarot, hier ein Motor, da ein Motor und dieses alte Lenkgestell, das ist wunderbar von Lego, das ist eigentlich fast die beste Lenkung, die es von Lego überhaupt gibt. So, dann wollen wir mal das Handy einsetzen, muss ich das hier mal vorne ab machen. Jetzt zwei, setzen wir das Handy rein. Ups, so wieder nicht. So, dann machen wir wieder drauf. Was ist denn jetzt los? So, mal gucken. Ich müsste eigentlich halten, dass du schon Testfahrzeug bombenfest. Jetzt können wir mal eine Testfahrt machen. Ja. So. Ein. 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 Ja, wir kommen jetzt mal mit der Karte. Aber... Well, man? Ja. Ja, das ist ja nicht so ein ganz schönes Gesicht. Ja, so sehen wir uns an. Ja, ja, Profifahrer und das jetzt nicht hin. Von den ganzen Tag weg, glaube ich, könnte man gar nicht glauben. So, ok. So.